Hi Leute, willkommen im Fotobattle Runde Nummer 2 mit Kati. Kati, cool, dass du wieder dabei bist. Mit Sandra. Sandra, cool, dass du... Hey, du hast ein neues Outfit. Hey, wow, wir haben eine neue Location. Krass. Und was wir hier so für cool ist, Bilder zaubern. Keine Ahnung, viel Spaß. Bevor ich es vergesse, in Runde Nummer 2 haben wir diesmal das 85mm 1.8 von Ken, sowohl Kati als auch ich. Für Kati ist das das erste Mal. Genau. Okay, für mich das... Ja, Kati, ich würde sagen, ich bin ready. Wenn du willst, kannst du den Timer anschmeißen, Alter. Und go. Wow, macht sie wirklich. Okay, ich habe keine Ahnung. Wollen wir was essen gehen? Okay, warte mal kurz. Warte mal kurz. So, komm mal mit, ey. So. Wir stellen uns mal kurz mittig unter das rote Schild. Das ist die Mitte, das rote Schild. Komm mal da drum. Ich meine, ich habe einen 85er drauf, ne? Genau, wenn du willst, ja. Oh, hier haben wir cooles Licht. Oh, das gefällt mir. Ich zeige dir gleich ein paar Bilder. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder. Das sieht schon geil aus vom Licht. Oh, ja. Ja, okay. Hast du nicht gedacht, ne? Ja, ich zeige dir auch. Genau, lass das ruhig, das war cool. Ja, sehr, sehr, sehr. Aber genau, eher so mit diesem. So, weißt du, also so ein bisschen, dass man deine Finger noch sieht. Weißt du, was ich meine so? Nee. Nein, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Nee, aber so, ja, ja, sowas, sowas. Ja, ja, damit man deine Hände halt sieht. Okay, okay, super, ja, cool. Sehr, sehr cool. Bleib so. Mehr, beide Hände eher so zentral hier so aufhalten. Ja, super. Du kannst das ruhig loslassen. Ja, genau. Ja, das sieht gut aus. Kinn ganz leicht runter. Nee, das ist echt schön, das Licht hier. Setz dich mal hier hin. Guck mal mal zu mir. Nee, alles cool. Das ist schön. Guck mal mal zu mir. Wow, bleib so. Guck mal mal zu mir, bitte, ja. Sie können ruhig durch, alle. Entschuldigung. Super. Ich will gar nicht mehr weg hier. Wenn du willst, kannst du versuchen, dich hier hinzusetzen. Da so hin, mit den Lampen so in einer, genau. Ja, das sieht super. Ja, Kathi, wenn du ready bist, dann starte ich den Timer. Soll ich? Ja, ab jetzt. Ich mach's wirklich? Soll ich? Okay, los geht's. Genau, okay, komm mal mit. Wir gehen mal hier auf den Weg hier. Das geht mal so aus? Ja, unterm Baum und dann kommst du ein bisschen auf mich zu, genau. Okay, stopp. Kannst du das nochmal machen? Okay. Genau, setz dich mal hier einfach so ganz cool hin. Kannst auch gerne mal lachen, dass es vorhin so schön geht. Ja, sehr schön. Komm mal einfach auf mich zu. Auf mich zu. Oder kannst du dich da wohl hinsetzen? Ja. Guck mal zu mir. Kommt auf? Ja, kannst aufstehen. Wir gehen ja mal hier drüber gleich. Mach mal noch so ein bisschen die Schulter runter und guck mal so ein bisschen über die Schulter. Genau. Ja. Jetzt guck nochmal direkt in die Kamera. Krass. Cool, ne? Ja, man fühlt sich ganz komisch. Hör mal an die Hände, aber das sieht immer ganz gut aus. Yay! Alles klar. So, das war's von Runde Nummer zwei. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Über dieses kleine I hier könnt ihr voten, welches Bild ihr besser findet. A oder B. Wir sind super gespannt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch als Fotograf gegen mich anzutreten oder als Model dabei zu sein, dann schreibt einfach eine Bewerbung an info at videografie.com. Ich würde mich freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche in Runde drei, wenn es wieder heißt Fight. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.